Jetzt machen wir einen Randensalat für die Linienbewussten und der ist dann in den Griff bereit in Deutschland. Als ersten Schritt kochen wir unsere Rande und das machen wir im Dampfhochtopf auf der Stufe 2 für 20 Minuten. Dann könnt ihr das Dressing herstellen. Zum Würzen haben wir jetzt unsere mediterrane Bouillon genommen. Zutaten alle in der Schüssel und gut umrühren. Wenn ihr das Curry vorher etwas angezogen habt, habt ihr dann vieles besseres Aroma. Anschliessend könnt ihr das gerade zum Dressing geben, Beerenwürfchen dazu und die Rande sind auch fertig. Ab jetzt empfehle ich euch die Hände anzulegen. Boah, ich habe gerade noch nichts, sonst lässt es dir etwas länger auskuhlen. Rande in Würfchen schneiden und mit dem Dressing gut vermengen. Das sieht schon super aus. Pasteurisiert in den Gläser ist er jetzt griffbereit im Kühlschrank. Viel Spass mit dem Rezept. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.